hallo und herzlich willkommen zurück zu hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge 7 days to die was war denn da los jasmine da ist eine schreierin gewesen aber die hat nicht geschrien ich sehe da nur eine frau im brautkleid schlafen ja nach hinten höchstwahrscheinlich ist total betrunken weil morgen der ihr großer tag ist warum jeder betrinkt sich wenn nächsten tags ein großer tag ist was ist denn da morgen ihre hochzeit ach so warum sollte sie sonst im weißen kleid rumlaufen um die uhrzeit wir haben es halb eins nachts morgen schon wieder zu blöd ach so ich wollte gucken wegen sachen für munition oben wie weit das da ist noch mehr schießpulver ich würde gerne einmal auch geschoss spitzen hast du oben blei eingeschmolzen weißt du nicht ja das habe ich tatsächlich getan auch sehr gut plastik und öl hast du einmal was tolles gemacht danke ich nehme es ja alles mit dir kommt sollte geiz ich fettfinger gerade aber aufs übelste jasmin hier ist ja gar nichts schrotblindenteile drei mal gute sich die immer mitgenommen habe ich habe das immer mitgenommen wie waren die noch mal aus war war ja doch naja immerhin besser wie nix so wo darf ich mich denn hier noch bedienen was meinst du ich brauche geschmiedeten stahl wo ich warte mal ist und noch frei ja haben wir hier denn alles sollte leben muss ich nebenbei noch mit einschmelzen so mit o ist auch kein satz natürlich ist so ein satz nein ja hänseln nicht wer so sagt ist schon lange fertig ich brauche mal an metallträger aber ist sehr stabil was mache ich damit kann ich nicht sehen okay aber ich brauche jetzt gesmiedeten stahl auf max max wir haben hier unten gar kein schmelztiegel drin jasmin noch mal schnellen schmolztiegel bauen ja was brauchen wir denn alles für ein schmelztiegel äh 108 der war ja so teuer oh mein gott war der brauchst du schmelztiegel um deine patronen hülsen zu machen nein brauche ich nicht eigentlich nö kannst du die unten fertigen oder kann ich den ich habe eine idee ich habe eine idee warte nur nicht schwarzagen ich will das haben jetzt kann ich den nehmen und ich gebe dir ein bisschen holz dann hattest du ja geschossspitzen doch bitteschön danke danke ich danke doch jasmin für was denn überhaupt ja weil ich jetzt endlich mein traum ausleben kann geschmiedeten stahl herstellen viel spaß jetzt muss ich eisen einschmelzen wir haben so gut wie kein eisen mehr wir haben doch voll viel gehabt prinzipiell sind wir schon oben ist doch voll viel drinnen noch das reicht nicht warum nicht wir müssen peter zweger anrufen nützt ja nix insolvenzberater bist du hier unten an der werkbank ja bist du oben an der werkbank nein sehr schön sehr schön so weil jetzt kann ich nämlich herstellen ein schrott blinden geschützturm el automatico ein wieso nur ein ach so ist stahl es hapert am stahl nimm doch deine arme war das netteste was du jetzt mir gesagt hast und so ehrlich zumindest weiß die ganze welt jetzt dass du ein ehrlicher mensch bist ja klar moment ich bin gerade dumm ja das ist nix neues ja ich brauche groben schrot schisspulver und barbio schisspulver haben wir noch schisspulver was du noch nicht hier gruben schrot habe ich brauche ich aber mehr hier haben wir gerade so ne da da wird ja schon wird ja schon im großen stil wird da munition hergestellt rheinmetall ist neidisch auf dich können wir hier einstellen ja für schießpulver brauchen wir kohle ja polonitrat die bräuchten meine zweite chemie station er hat chemische station dafür brauchen wir 100 warum ist das alles so teuer hier war der ich fange mal an 100 kurzes rohr 30 3 kochtöpfe ein messbecher das haben wir und kochtöpfe haben wir auch und last but not least fünfmal säure gerade so ne und ich brauche ne ich brauche ne werkbank um das herzustellen wir haben nur zwei die weite sind die unten das muss ich noch mal eine werkbank herstellen ja ok 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 kurz vor ende dieser season nochmal so ein stress ja 20 motoren und 100 hiervon das sollten wir doch eigentlich hier rum fliegen haben oder hier klauenhammer brauchen wir ein theoretisch gar gar nicht mehr wir haben jetzt ein schussapparat ja toll aber wir haben nur ein klauenhammer hier noch schlechter das woran sind doch noch ganz viele haben wir noch irgendwo ein schraubenschlüssel rumfliegen jasmin ich weiß nicht schande ich muss sonst einen von meinen verwenden hast du vielleicht irgendwann mal was falsch einsortiert nein warum immer ich ja natürlich tust du das nicht nein nein auf keinen fall nein ich gebe dir nur recht das glaubt er nicht ja ok nur ein raumenschlüssel wo haben wir den denn hier da kann ich den so her naja du kriegst die Tür nicht zu zwölfmal und vier ja also wir müssen ein bisschen Messing sammeln ja ich bin gleich so weit zweimal klebriges band weißt du noch als das alles mangelware war bei uns und jetzt wo wir endlich alles haben fast alles kommt schneller wieder als man denkt erdbohr haben wir auch nie geschafft jetzt schon bald die zweite runde weil die tage hier mit der alpha müssen wir ausnutzen das was geht das ziehen wir weg und möglicherweise falls wir die zweite season schon an zeitlich schaffen anzufangen während das hier noch nicht fertig ist dann gibt es einen ganz langen tag mit ganz viel folge wann das für ein deutsch jetzt ja weil sonst würden wir ja acht monate lang noch die alpha 20.7 b1 dann ist die alpha 21 schon draußen und da wird sich so vieles ändern das bedeutet dass wir das spiel wieder ganz neu kennenlernen schön zumindest das punktesystem aber woher weißt du das eigentlich habe ich gelesen eben gerade nein ich meine dass dass man diesen spielstand hier nicht weiterspielen kann nein dass das bald weg ist das hier das stand mit in dem schreiben drinnen welchem schreiben naja ich habe eben gerade gelesen gehabt auf auf steam da war so ein artikel also das hat so ein typ hat das reingestellt und da stand das drinnen da waren die news drinnen ja und das bedeutet dass die alpha hier bald zu ende ist und die nächste alpha kommt machen die das jetzt dann jedes mal ne das spiel ist ja rein theoretisch noch gar nicht fertig das ist schon seit jetzt muss ich in zehn jahren in der alpha oder so und ja irgendwann kommt es meine beta wenn es groß ist es trotzdem geiles spiel auch gerne noch mal von vorne an ich nicht ich habe so was ja weil du jetzt daran denkst wie weit du schon warst ja und was ich wieder alles selber sammeln muss und dann findest du bestimmt die ganzen geilen sachen und freust dich deines leben und guck mal und du stehst denn da und denkst so ihr hat voll ich habe gar nichts ich denke denn ja toll das hatte ich in der ersten runde hatte ich das auch weiß noch damals als ich das auch hatte ist ja irgendwie blöd so wozu mache ich denn die ganze munition noch ja vielleicht schaffen wir ja noch mal blutmund jetzt kommt spiel stürzt ab update alter ich habe auch kein da stand halt nicht drin welches datum irgendwann im mai voll irgendwann naja wir haben ja sehen das ist meins das kann ich wegräumen das ist meine einladung immer noch nicht angenommen junge so 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 spielst du auf was bist du deppert ja genau mach mal schön krach da wo das herkommt da gibt es noch mehr ja bei mir auch haben wir entscheiden an deine an deiner stelle wäre ich vorsichtig weil ich bin hier gerade an der macht ja ich habe hier gerade nein aber wie sich das andere meine ich die ganze munition es gibt doch magazine erweiterungs mod aber das sind die teile wollen wir denn die mods ein ziehbare schafft äh klammer affe Ich hätte schwören können. Warte mal. Hey, wo soll ich denn hin? Ah ja, genau. Ich hätte schwören können. Ich hätte sowas schon mal gesehen. Hast du eigentlich wieder was angebaut oben? Kann ich ein bisschen was kochen hier, war? Eigentlich, ja. Aber es ist noch ein Anbau. Der Anbau ist noch im Anbau. So, kann ich jetzt hier schon... Ah, mein Gott, das will du. Jasmin, du lenkst mich hier aber auch ab, ja? Ich mach doch gar nichts. Deine sympathische Art. Und jetzt sehen wir alle, wieso jetzt du lügen kannst. Verneint das auch nicht mal, ne? Oh, hier ist ja sogar noch was zu essen drin. Ups. Ich wollte dich jetzt nicht traurig machen auf unseren letzten Tagen. Ach, du kannst mich nicht mehr traurig machen. Oh. Oh, so. Oh, wir haben kein Tierfett mehr. Huch. Hä? Oder hast du das irgendwo anders reingebracht? Hier, bei den Lebensmitteln. Nein, da war ich doch eben. Das ist alle. Oh, ja. Wir brauchen Tierfett. Kann man das nicht irgendwie? Ja. Hab ich eben gerade gekocht. Man, ey. Huch. Oh nein. Das ist ja jetzt doof. Jetzt fehlt mir ein Stahl. Ups. Ja, das war alles abgezielt. Was? Das Fett? Nee. Wieso haben wir denn so wenig? Ja, das ist ja jetzt doof. Dann kann ich ja gar nicht weiterkochen. Oh, Schroo. Ey, jetzt hatte ich gerade Angst. Mein Spiel hat gerade kurz gehakt. Das Ende naht, Jasmin. Das Ende naht. Ja, dann kann ich gar nicht köchen, du. Kann sowieso nicht was. Kann ich nur sowas wie Gemüse eintopfen machen. Das ist auch okay. Ist zumindest vegan, Jasmin. Ich wollte dabei mein Kürbisbrot machen. Nein. Geh mit dem Trend. Kürbisbrot ist viel zu unhealthy. Mhm, mir doch egal, ey. Tjuu, komm ich da noch rüber? Nö. Abwee! Was? Nix. Ich muss außen rumgehen. Was haben die denn hier gemacht? Die haben doch einen Schuss nicht mehr gehört. Achso, ja. Ich wollte eigentlich was abbauen. Ja. Hm. Hm. Ich brauche Kaffee, Jasmin. Ja. Ich brauche Koffein. Es ist morgens um vier und ich muss körperlich arbeiten. Hörst du, wie erschöpft ich bin? Nee. Dann können wir gleich mal nach... Ja, gut, dann... Essen läuft. Essen läuft. Essen läuft. Ah, jetzt müssen wir fett Tiere schlachten. Gut, dass ich auf dem Weg hierher Ausdauer gespart habe, indem ich gesprintet bin. Wo bist du denn? Was? Draußen? Was machst du da? Was machst du da? Ich... Ich... Mach grad Dönecken. Wie immer. Und dann gehst du drauf. Nein, Jasmin. Auch wie immer. Ach komm, hör doch auf. Hm? Hm. Wer soll dir das glauben? Alle. Warten du? Wollten nur was ausprobieren. Funktioniert nicht. Aha. Trink Kaffee, du Sau. Die Sachen hier. Immer rein damit. Die Blase drückt, aber ich trinke trotzdem weiter. Äh, noch einen Kaffee. Blabarabar. Wunderbar. Äh, um das zu realisieren... Müsste... Da einer abste... Oh Gott, das muss ja alles ein raus. Das kann ich erst mal da kurz entpacken. So, dann hab ich da Tätler. Das werden ja nur eins... Und, äh, zwo und... Hm. Weiß gar nicht, ob das reicht. Ah, wieder Wasser abkaufen, ja. Warte mal, der Grundgedanke ist, wir ziehen das hier alles ein weiter raus. Ah, das hier ein Hohlraum ist. Und die dann quasi hier hoch gehen. Aber laufen die dann vielleicht hier in die Ecke? Oh Gott. Ich hab mich grad so erschrocken. Ich hab richtig mit der Maus gezuckt. Ja, warum? Weil du geschossen hast. Ich hab damit nicht gerechnet. Rechnet man doch mit? Ja, nee, ich nicht. Und wenn ich stattdessen den da wegnehme? Nee, diesmal nicht, Fräulein. Bei den Händen angeschossen. Ich weiß es mal nicht. Ey, das ist Privateigentum, ja. Finger weg von meinem Po. Po? Po. Kung Fu Panda Po. Keine Ahnung, ich hoffe... Wo ist denn das da? Ich hab das jetzt weg auf gut Glück. Mach das Sinn, wenn wir... Hm. Oder? Dann brauch ich das nicht alles. Warte mal. Erstmal stelle ich die Chemiestation. Dann kann das nämlich nebenbei laufen. Nebenbei. 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 Äh. Oh, die... Die braucht ja noch ein bisschen, Jasmin. Ein kleines, kleines Weichen braucht die Maschine noch. Ah, wieso schläft denn schon wieder mein Bein ein? Was soll das? Was soll das? Was soll das? Ja, das ist voll eklig. Immer das rechte Bein. Wer ist die sinnvoller? Ich nübbel den hier einfach weg. Und dann ziehen wir das hier oben ein weiter raus. Hey, wieso hab ich denn jetzt davon alle rüber... Das ist nämlich doof, ey. Weil... In dem Fall würden wir nur einen wegnibbeln, ne? Und das andere können wir ja überbauen. Wegnibbeln? Wegnibbeln. Warte, das ist ein wegnibbeln. Warte. Ich hab schon so viel Kaffee getrunken, ja? Was ich oben reinkippe, läuft unten direkt raus. Ich muss das aber nachpressen, wegen der Ausdauer. So, hier ist alles totti, jo. Gut. Zumindest ist das schön warm in der Hose. So, dann möchten wir einmal ein paar Rahmenformen haben. Ich geh mal ein bisschen gucken hier. Vielleicht ein paar... Ich muss säubere das Gebiet in zweieinhalb Kilometer, ey. Oh, mein Ding ist weg. Mein Bug. Ich kann auch wieder eine Mission machen. Ja, dann los. Ich muss hier kurz was bauen. Jasmin! Lassen. Nur hier einmal so ein Platöchen, ja? Hab ich eigentlich einen Punkt hier irgendwie mal gekriegt? Oh, ja. Er würde ihm nicht mehr viel nützen, Jasmin. Ach, lass das. Das ist nicht nett. So. Jetzt wird's herrlich. Guck mal, wie schnell ich das aufwerte. Hab grad gedacht, ich hab mich mit der Nagelpistole selbst angeschossen. Ich hab genau Rauch gedrückt. In dem Moment spritzt hier Blut. Die so, hä? Wie geht das denn? Und ich hier so, hä? Und dann dachte ich, wie geht das denn? Und er so, was? Das geht's auch gar nicht. Und er so, wo? Und niemals. Voll crazy. Das ist ja so abgespaced. Kommt hier eigentlich auch nochmal irgendwann wieder was Neues? Nö. Immer leer. So, und wenn wir den jetzt? Alter, mein Bein schläft ein. Aber. Aber, aber. Und würde denn einer überhaupt reichen? Leer. Ein Haus. Also, ein. Alles leer, ja. Ich werd's mal versuchen, indem ich hier Copy Shape mache. Copy Shape. Ah, nee. Hm? Eine Schreierin. Jasmin, ich weiß nicht, was ich tun soll. Echt jetzt? Ich bin nicht da, ne? Macht nix. Ich händle das bis. Ja, da kommen aber schon welche. Ja, ich bin drüben hier. Wie kommt denn aus unserer Basis? Hatten wir Besuch? Na, geil. Ich sterbe doch. Ich hab doch alles unter Kontrolle hier. Seh ich. Meine Seite ist cool. Ach, da hinten. Bist du schon tot? So, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Das waren jetzt aber, das war ja übersichtlich, oder? Ich hör noch einen. Äh, ich wollt grad sagen, hier ist noch irgendwo einer. Der hört sich an wie so'n Bär oder so. Ach, hier, der Dicke. Nee, wie der Dicke. Halt dich verlaufen. Ja, ja, deine Drohne da, die kriegt ja richtig früh was mit. Lass Peter in Ruhe. Der hat uns immerhin gewarnt. Und wer weiß, was ohne Peter jetzt passiert wär. Ach. So, und deswegen bin ich jetzt zurückgekommen, wegen Nuscht. Ja, ich weiß auch nicht, was du hier wolltest. Ich hau' wieder ab. Ich geh. Ah, warte mal, diesmal aber. Wenn ich zum Händler geh, nehm ich mir mal Geld mit. Oder geht das nur mit Chitons? Beim Händler. Äh, was denn? Mit Geld? Geht das auch? Ich glaube, du kannst Geld gegen Chitons tauschen. Naja, ich mach nimmer was mit. Wolltest du da jetzt auch mit hin? Wollen wir mit dem Auto fahren? Na, ich würd hier gern einmal noch schnell den... Nur, dass man hier hochgehen kann. Weil? Ja, dass wenn Zombies kommen, wir, äh... Was ist das denn? Das nutzen können. Für was denn? Naja, falls Zombies kommen. Hässlich. Was? Ja, aber wofür brauchst du das? Damit die da hochkommen. Hä? Kommen die doch. Nein. Das sieht ja kacke aus. Ja, wir müssen einmal da rausgehen, weil die hauen das immer kaputt. Ja, ist doch eh was. Ich würd das nur mal testen. Wird gern mal da hinten rüber, ey. Okay, ich denke mal, ich brauch nochmal 100 Rahmenformeln. Ich will das ja nur mal austesten. Ich mach das auch nur in Holz und nur auf der Seite. Ach nee, kann ich gar nicht nur auf der Seite machen. Hehehe. Ja, das ist jetzt natürlich dope, ne? Dope, Gelove. Ob das denn auch funktioniert? So. Da lassen wir das jetzt mal in Billo. Oh, sagt sie. So? Ach nee, sagt er. Hehehe. Oh Mann, ey. Ich bin fertig. Oh, sagt sie. Die hübsche Frau mit Bart an der, an der Ende der Leitung. Naja, gibt's doch. Was, Frau mit Bart? Bin mir sicher. Bin ich auch hübsch. Mhm. Es mean, du weißt doch, es kommt auf die oberen Werte drauf an. Sagst du mal auf die unteren? Nee, nee, Körbchengröße ist wichtig. Mhm. Muss mindestens A sein. Maximal Y. Y. Ja, wenn's mehr ist wie das, dann ist mir zu viel. Ah, ja. Das übersteigt dir meine Männlichkeit. Mhm. Ah, jetzt hör mal auf, hier mit mir zusammen doof zu sein. Du bist doch doof. Ich bin immer doof. Ich weiß. Woher? Kennen wir uns irgendwoher? Äh, nö. Hab ich dich schon mal bedroht? Ach, Gott. Weiß gar nicht, aus welchen Filmen waren das? So, hier. Ah, ja. Flucht der Karibik. Ach. Beste. Wenn ich mich nicht vertun hab? Ah. Ja, das ist soweit richtig. So, ich tu jetzt hier nochmal ein paar Treppen hin. Na, gleich komm ich runter. Was denn? Ich tu hier doch nur ein bisschen arbeiten. Oh, hör auf. Oh, ich hab ein Level ab. Hm. 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 Wie ich das doch noch abreiße. Das ist, glaub ich, der einfachste Weg. So. 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 Wunderbar. Fragezeichen. Hier kloppen die komischerweise nicht so dagegen, ne? Höh? Ach, pff. Bist du schon beim Händler? Nein. Wo bist du? Noch in der Basis. Mhm. Weil mein Experiment hier könnte uns ja auch nach der Alpha 21 möglicherweise von Nützen sein. Mhm. Ja, muss ich ja, ne? Ja. Mhm. Ja, komm schon. Aber ich habe für die Alpha 21 eine geile Idee für den Bunker. Ja, hast du das? Schade. Ich hoffe allerdings, dass die, ähm, dass das denn in der nächsten Season nicht so lange dauert, die Sachen zu finden. Damit ich auch nicht vergesse, was ich vorhatte. Sag nur, es wird liegen! Der. Warte kurz, warte, warte, noch nicht. Jetzt kannst du. Der. Wer? Der. Wer? Nein, du hast schon recht, hab dich nur veräppelt. Weiß. Woher? Woher? Der. Wer? Der. Bist du schon beim Händler? Nein! Ich gehe hier durch die Gegend, weil... Du weißt, du bist gerade 170 Meter weg. Ja. Ich guck hier ein bisschen. Wo? Ich will was Interessantes finden. Ich will Patrick und bin richtig blöd im Kopf. Ey, du hast dich angehört wie ich. Ja, aua. Du solltest Synchronsprecher werden, Justin. Ja, wollte ich da tun? Ja, dann kannst du synchron sprechen. Hm. Das heißt denn so viel, wie du kannst dann sprechen und lesen gleichzeitig. F. Okay. Ich muss nochmal 100 machen hier. An. So. Ich glaube... B. Warte mal... Der. So, so, so. Ne? Können wir eigentlich auch so machen. Äh. Dä-dä. Dä-dä-dä-dä-dä. So, den da, da und hier. Achso, ja, nee, das geht ja gar nicht, ne? Stimmt ja. Da kommt ja theoretisch die Ecke noch ein Stück raus. So. So. Und. Blau Angelblei. Papel. Na, ob das funktioniert? Ob das funktioniert? Ich bin mir da nicht so sicher. Wie kann ich denn das hier eingeben, wo hier, welche Punkte zum Beispiel jetzt für Kohle sind? Achso, du meinst jetzt die Map? Äh. Ja, okay, lassen wir das. So, mir zu lange bist du hier. Jetzt, warum wird denn das jetzt nebelisch? Das finde ich jetzt aber nicht so toll. Da habe ich mir die Farben auch nicht merken können. Das ist ein komisches Geräusch gewesen. Mist, da ist ein Zelt drüber. Oh. Blei. 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 Warte mal, weiß ist Nitrat. Hier sieht man die Punkte automatisch. Ja, ja, die Punkte siehst du auf der Karte. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher. Es gibt ja einmal so einen grün-bläulichen Ton, ob das Blei oder Kohle ist, das ist, bin ich der Meinung, Eisen. Wurde dir doch schon mehrfach erklärt. Ja, aber ich habe jetzt hier mein Zelt im Weg und ich kann mir diese Punktfarben nicht merken. Wenn das Stein ist, ist es auch Stein, Eisen, ich gehe jetzt nach einem Ausschlussverfahren. Nitrat ist weiß. Wollen wir denn hier noch Kohle gesammelt? Und Nitrat. Blei. Welche Farbe hat denn Blei gehabt? Blei ist dieses Grün. Denn es ist dunkelgrau, müsste Kohle sein. Mhm. Oh. Cool. Stahlwerkzeuge benutzen. Könnte auch schwarz sein. Ah. Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Bevor ich hier Quatsch erzähle, Jasmin. Aber wie kriege ich die denn da hingelenkt, dass die jetzt hier nicht hier reinlaufen und sich denn denken, die schlage ich kaputt. Und vielleicht drei hoch? Ich bin gespannt, wo wir denn unser Häuschen haben. Ja, ich weiß halt nicht, wie weit die Map überarbeitet wird. Ja. Tatsächlich habe ich mir das nicht. Aber wenn die Map nicht allzu krass überarbeitet werden sollte, dann habe ich da schon eine Idee. Ähm. Den da rein. Achso. Ähm. Wollte ich hier nochmal Schrotflinten nicht so machen eigentlich. Das haben wir auch fertig. Da haben wir einen fertig. Und davon wollen wir noch mehr machen. Kann aber nur einen. So, woran hapert's? Geht da so viel Schießpulver drauf? Wo soll ich denn die Chemiestation hinschmeißen? Keine Ahnung. Was weiß ich denn? Hast du das, wenn's neblig ist? Hm, das ist bosnisch. Hm. 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 Das ist halt eine platztechnische Frage, ne? So, Kohle haben wir gar nix mehr, ja? Hast du gesagt? Ja. Wo denn? Äh, bei der Munition habe ich das reingemacht, bei den Waffen unten. Weil ich das ja eh brauche nachher nochmal. Hier ist keine Kohle drin. Natürlich. So, hier, ja, ja. Soll ich Schießpulver machen? Mach doch grad noch. Wir brauchen erstmal Messing. So, rot ist auf jeden Fall Eisen. Ja, das weiß ich. Ach, das ist ja schön. Nitrat auch, oder? Dann wird Kohle wahrscheinlich schwarz sein, ne? Logischerweise. Ja, denk, ich denke, ne? Na, da, bei dir, da... Jasmin. Ja, ich sprech's nicht aus. Bitte. Danke. Ein bisschen... Ach, ich bin ja so... Was für dumm, ey. Ich bin einfach nur so dumm bin ich. Schön, dass du's selber sagst. Brauch ich nix sagen. Hab ich denn hier noch ein bisschen wat? Äh, ich hab mir noch geschmiedet und steig... Was hat das denn da? Irgendwie ein Tierchen kommen, oder so? So, ich mach jetzt erstmal meine Taschen leer. Wir brauchen ja Öl auch noch enmascht, ne? Öl haben wir noch oben. Plus le jour. Die Frage ist... Hatte ich die gedoppelt, die Wände? Ja, ne? Nicht immer. Ja, ja. Ja, ja. Mindestens einmal. Hm. 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 Ich frag mich, ob wir mit dem Erdbohrer auch Wände abbeißen könnten und wie lange das dauert. Aber eigentlich ist die Frage egal, denn wir haben keinen Erdbohrer. Headshot. Yeah. Glückwunsch, Jasmin. Naja, ich kann's einfach. Gut gemacht. Ich weiß. Das muss man dir ja lassen, ne? Na, schießen kann ich ganz gut. Wie groß ist denn so ein Türmchen eigentlich? Kann ich ihn... Also würde der rein theoretisch in einen Block rein... Oh, ja. Das ist ja interessant. Und rein theoretisch komme ich andere Seite ran. Zum Befüllen. Ähm. Wir müssen noch drei Spieltage vollkriegen, dann haben wir noch mal Bluten und drinne. Oh, ich hab Hunger, Jasmin. Na denn? FFN. Ja. Ich hab gewonnen. Nein, hast du nicht. Aber ich hab doch FFN gesungen. Du hast trotzdem nichts gewonnen. Ich bin überbladen. Das ist ein bisschen zu weit. Überbladen, ne? Genau. Eins, zwei. Überladen. 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 Laden. Du bist überladen. 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 Laden. Du bist überladen. 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 Laden. Ja, bin ich. ich glaube nicht so viel kaffee trinken würde in so kurzem zeitraum ich hätte ein koffeinschock und dann könnte da ja auch noch einer hin weil wir haben nicht so viel aber so ich befülle das jetzt einmal also ich mache hier einmal jetzt alles auf dann setzt wir die boxen dahinter oder brauchen wir gar nicht da habe ich schon eine idee jasmin das was wird glaube ich nicht das ist meine idee ganz genau ich habe das gefühl willst du damit irgendwas sagen aber ich bin mir nicht sicher was es ist so der nächste kommt da rein und wenn wir dann nochmal zwei machen dann setzen wir die hier rein cool so jetzt möchte ich nur einmal was habe ich denn jetzt kopiert hallo warum macht er das nicht wieso tut er das aha der schießt ja rein theoretisch durch ne oh ich kann das erst machen wenn der turm steht jasmin 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 das denn das ich weiß nicht ob es reicht das wird reichen nächste stufe ist stahl oder das war aber ein riskanter sprung ich hoffe der schützt den geschützturm auch mehr wenn der auf stahl ist weil zum exploder explodieren würde jetzt machen wir eine schrot blinden geschützturm automatik aber dafür fehlt uns davon haben wir genug davon auch davon auch davon auch stahl nicht ich habe gerade einen baum entwurzelt und das hat dir angst gemacht ja weil ich mich erschrocken habe das nicht gesehen so ich brauchte für 40 ja warum ich hier einfach nicht und da welche plastik wieder mitnehmen angst dass ich hier nicht mal hochkommt welche automatischen geschütztürme gibt es noch automatischer maschinenpistolen geschützturm gibt es auch kostet Handfeuerwaffenteile der ist sogar günstiger macht der weniger damage aber den können wir denn rein theoretisch ach so steht hier gar nicht warte mal haben wir Handfeuerwaffente da machen wir ja auch mehr Muni mit das ist günstiger ne haben wir auch dank dass ich hier nicht mehr rauskomme am Öl liegt es so da können wir nämlich drei machen zwei können wir noch laut Kamera also laut Bewegungssensor achso so falscher Turm automatische Maschinenpistolen Geschützturm stellen wir meinen her noch einer geht nicht weil mir fehlt Stahl und zwar 17 Stück da 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 warte das ist jetzt ein Schrotflintengeschützturm ist ja auch da haben wir einen hier dann kommt der andere da hin Stein hier ich hoffe die schießen sich jetzt nicht gegenseitig kaputt hier das wäre das wäre lezent doof so lezent ich glaube ich komme heute nicht mehr zum Händler nein wieso er ist halb elf vier Jasmin du hast doch noch alle Zeit der Welt geht auch immer los wenn grad Action ist Action so jetzt muss ich da müssen wir nochmal Motor reinschmeißen damit er mehr Leistung hat jetzt habe ich Nitrat und ganz viel Kohle hier gefunden und der müsste in der Theorie wenn du cool bist kannst du nochmal Schrotflinten Munition besorgen falls du Geld hast ich ich bin ja nicht mal beim Händler ich habe ja eigentlich auf dich gewartet ich bin ja halt das ist was ist denn hier los ich habe besuch gehabt eben also nicht übermenschlich viel aber ausreichend vielleicht das mit der treppe mal testen wieso kommt die hier rein ah ja naja kein problem den wollte ich haben cool jetzt habe ich den generator gemacht wie soll ich das strom der hat max ausgabe 100 stromquelle also reicht das ja gut ich habe ja nicht genug schrotflint munition musst du welche machen ja ich bin schon bei ja ich also ich war dabei aber du kriegst schrotflint munition nicht ganz viel raus habe ich das gefühl ja das lasse ich dir mal noch ich 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 die munition lasse ich dir auf jeden fall drinnen die schießpudel war und den müssen wir mal gucken das war mal öl herstellen öl ist dose und dose und ölschiefer und dosen haben wir eigentlich genug aber auch genug hier habe ich die dosen nicht eingeschmolzen weil ich das habe ich wohl getan 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 wo steht eine dose dose leere dose da haben wir es daraus eisen und lehm ich weiß ich wie viele dosen brauchen wir 50 dauert ja auch nicht lange wir machen wir noch mal ich bin für noch ganz schnell das maschinengewehr und dann kümmert so ach ja moin geh mal lieber wieder rein das ist so kalt hier draußen ich würde sagen das war es für heute wieder ein bisschen längere folge geworden aber ist mit der alva 20.7 b1 dem b1 dem ende hinzu wir machen dennoch morgen weiter ich hoffe ihr seid wieder mit dabei bis zum beispiel tschau tschüss tschüss Vielen Dank.